Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist das Reiter und wir sind in Vorschau Nummer 2 von Smart Factory Tycoon, so heißt das Ding. Ja, letztes Mal habe ich gesagt, warum fahren die da durch die Gegend, ich kann es euch nach dem Intro gleich sagen, warum die da durch die Gegend fahren. Machen wir gleich in einem Intro weiter, bis dann gibt es die Auflösung. So, dann wollen wir mal da rangehen, ist klar, ich habe die Maschinen ja gekauft, aber das Entscheidende ist, dass wir hier unsere Kette, Construction, ist das Construction, Produktionsraum, oh nee, das war das nicht, wo kommt meine Kette zusammen gebastelt? Garten, Zonen, Konstruktionen, bearbeiten, abreißen, Meilensteine, Forschung, Entwicklung, da müssen wir vielleicht mal reingucken, meine Roboter, Bestenliste, wo war denn hier die wirtschaftliche Konstruktion, ich brauche die Konstruktionskette von dem Ding, die muss ich nämlich ändern, war das hier? Oder kann ich das hier machen? Ich zeige den Graphen des Spielzeugmarktes, auch sehr interessant, okay, da geht es hoch, aber den brauche ich nicht. Gebäude, in dem das produziert wird, sehr schön, da kann man hingehen, aber ich muss die Produktion ändern, das ist meine Problematik, weil ich nehme mich definitiv da, hier, Produktplan, ah, das ist hier, ich schätze mal, ich kann den Auftrag, wenn er läuft, nicht mehr ändern, aber das Entscheidende ist, wenn wir hier gucken, ich habe diese Stationen ja alle, ne, und, äh, warte mal, kann ich das jetzt hier irgendwo wieder ausschalten? Ne, kann ich nicht, ich muss auf die Trommel gehen, ne, will er irgendwie jetzt gerade nicht zurück, ne, Markt analysieren will ich nicht, Sonderbestellung, äh, Produktion planen, kann ich jetzt nicht machen, du kannst keine Produktionsplanung für diese Produktanlegen wegen, laufende Produktion, ah, ich muss das erst zu Ende haben, aber, um das euch zu erklären, wir haben ja hier, wenn wir diese Produktionslinie starten, einen Plan, auf welcher Maschine was läuft, und das hat sich ja nicht geändert, ne, hier müssen wir fortsetzen, machen mit Escape kommst du da nicht raus, und, äh, das hat sich ja nicht geändert, und deswegen läuft das jetzt auf einer Maschine weiter, ne, wir werden das in der nächsten Runde dann so machen, dass wir das ändern, und, äh, uns das dann nochmal angucken, oder, ist das hier unten der Produktionsplanung, Planungsmodus, Planungsmodus, Produkt, ausgewählte Gebäude, Werk 1, ja, benötigte Maschine, ne, Produkt, kann ich hier aber jetzt auch nicht auswählen, oder? Planung, was sagt denn mir die Hilfe? Grundlagenstelle, nutze ich die rechte Maustür, um die Kamera zu schwenken, um zu bewegen, da geht auch, während du nicht im Planungsmodus befindest, kann man zu rotieren drücken, bei Standaleinstellung Q oder E für die Richtungskontrolle, und die mittleren Maustür und Uhrzeiger sind zu rotieren, um zu zoomen, nutze einfach das Mausrad, Geschwindigkeitssteuerung aufgewählte, also, ich sehe jetzt hier keine Änderung, leider geht hier nichts, ausgewähltes Gebäude, ist Werk 1, bin ich, aber ich kann hier tatsächlich nichts ändern, ne, Voreinstellung ist schon richtig, aber ich kann nicht hier die Planung verändern, oder muss ich hier, ja, die Produktionskette ist schon da, ne, jetzt sind wir am Rand gekommen, ja, vier Trommeln sind jetzt schon fertig, ne, also, Zähne brauchen wir noch, aber ihr wisst, was ich meine, ne, ich habe die Produktionskette gestartet, wir müssten dann mal gucken, was, weil, wenn wir jetzt hier können, nebenbei, können wir ja noch die Ente produzieren, dann wisst ihr, was ich meine, vielleicht, hier in diesem Plan hier, ne, ich kann jetzt hier die Maschine auswählen, habe ja eben beim letzten Auftrag diese ausgewählt, die will ich jetzt nicht auswählen, sondern ich werde hier diese auswählen, die ist ja nicht in Benutzung, und hier wähle ich die zweite Maschine aus, weil die habe ich ja auch noch neu gekauft, ne, so, und dann ist das hier geklärt, 15 wollen wir jetzt mal nicht machen, wir wollen mal nur 5 machen, oder, was gibt denn der Markt so her, oder 10, Ausgaben, 84, wir müssen sowieso Geld verdienen, um das zu machen, ich glaube, dann können wir das hier ausführen, ne, wie ihr seht, kommt gleich irgendwann der LKW, und der bringt dann hier jetzt die Ware, die Rohmaterialien, und damit wir die Ente bauen können, und die wird dann definitiv an den zweiten hier gebaut, ne, und wenn man das dann richtig organisiert, dann läuft das natürlich auch parallel, ne, so, jetzt müssen wir nur überlegen, was machen wir weiter, wir sind hier, irgendwo war Forschung, ne, Robotermarkt, ne, Entschuldigung, hier war der Robotermarkt, jetzt kommen die Ware gerade rein, hier können wir jetzt noch die Forschung voranbringen vielleicht, weil wir haben keine Punkte hier oben, Fabrik-Level-Punkte, okay, Maschinen-Upgrade, ne, da kommen wir noch nicht weiter, okay, dann ist das geklärt, jetzt ist die Ware für die Ente auch angekommen, hier ist erst 82% fertig, ich glaube, wir machen mal wieder einen Tacken schneller, weil, sonst wird das hier nie fertig, oder? Es ist gerade die Frage, ob die für die Ente jetzt auch arbeiten, oder sind Roboter auch zugeteilt, ich glaube, eigentlich nicht, oder? Ne, ich glaube nicht, da unten wird jetzt die Ente gemacht, genau, siehste, da kommt die Ente jetzt rein, und dann läuft das, jetzt wird hier die Ente fertiggestellt, lackiert, und jetzt wird sie da hinten reingelegt, wahrscheinlich schon, oder? Siehste, da haben wir auch schon eine Ente fertig, so, da müssten wir uns jetzt den Markt noch angucken, hier, ja, ist gesunken, Preis geht runter, war schon mal teurer, ne, weil wir schon mal welche produziert haben, wahrscheinlich, schätze ich mal, gut, äh, Montagestation habe ich wahrscheinlich jetzt aus Versehen angeklickt, naja, jetzt müssten wir gucken, was wir noch produzieren wollen, indem wir zum Beispiel hier sowas machen, Produktplan, Schwierigkeits, oh, guck mal, wir haben gerade irgendein Level geschafft, und dadurch ist hier sowas gekommen noch, okay, sehr schön, äh, die Trommel machen wir, die Dingens machen wir, jetzt ist die Frage, welche mal Holz an der Spielzwerge sind wir drin, und bei wundervollen traditionellen Spielzwerge, ach, hier rechts steht, Montagestation, Holzdrehbank, Lackierstation, Holz, Sägestation, oh, das ist, das ist zu viel, was wir da brauchen, Nähmaschine und Füllmaschine, okay, das ist auch nicht, Hochofen, Schweißstation, Lackierstation, Metall, das ist wohl auch nicht, hier geht es auch um Holz, ne, ja, genau geht auch nicht, Plastik, Injektionsmaschine und Lackierstationen, hier dieses Pferdchen Einhorn, das können wir wohl machen, und dieses hier, ah, guck mal, das können wir auch machen, wenn gleich die Trommeln fertig sind, was nicht mehr lange dauert, weil da schon 98% sind, dann machen wir hier diese Wasserpistole, oder was es auch immer ist, okay, 3, 6, 9, ja, das ist die zehnte Trommel, und passt, jetzt können wir hier den LKW bestellen, so, da der kommt, können wir jetzt in die Produktionsplanung nochmal gehen, wir gehen hier auf die Wasserpistole, weil dafür haben wir die Gerätschaften eigentlich, Plastik in die Aktionsmaschine, Lackierstation, Plastik und Montagestation, ja, ist alles da, Produktion planen, kann ich jetzt nicht, wieso das denn nicht, da kann ich auch keine Produktion planen, da kann ich auch keine Produktion planen, da geht es auch nicht, was mache ich falsch gerade, habe ich vielleicht nur zwei Stationen hier frei, oder so, kann das sein, Contracts, Ok, Markt aktualisieren, 60 Stunden, ok, so, jetzt ist das weg, kann ich jetzt planen, Super Saug- und Schusskraft, füllt den Tankpumpe um Druck, aufzubauen und drücke dann den Abzug, Schwierigkeitsniveau 3, äh, ja, ich würde es gerne machen, aber, was ist das hier oben, Anforderungen, ich kann es, das könnte ich Produktion planen, hier könnte ich auch die Produktion planen, hier auch, äh, ist das doch nicht so einfach, wie ich mir das vorstelle, ne, ach so, das geht jetzt ja nicht, weil das Quietscheentchen ja gemacht wird, und die Maschine dafür nicht frei sind, deswegen geht es nicht, weil die Ente, müsste ich eigentlich machen können, weil da, ja, eigentlich schon, aber geht auch nicht, na, das ist komisch, hm, 2, 4, 6, 8 Enten haben wir schon, fehlen nur noch 2, eine ist schon unterwegs, die letzte wird gerade gespritzt, und jetzt wird sie gleich lackiert, naja, wenn die da durch ist, dann können wir das normal machen, und dann gucken wir uns den nächsten Prozess an, so, jetzt ist die raus, jetzt ist die Lieferkette gleich frei, wir können hier schon den LKW anfordern, dass der abholt, und jetzt gehen wir hier hin, und jetzt sollte das eigentlich funktionieren, ne, geht doch nicht, geht es erst, wenn der LKW hier vom Hof ist, und die Sache bezahlt ist, ich wüsste jetzt nicht, woran es liegt, dass es nicht geht, du kannst keine Produktionen für diesen Punkt anlegen, wegen laufender Produktion, ungenügende Fabrikparameter, Haltbarkeit, Nachhaltigkeit, fehlende Lieferoption, Helikopterzugschiff, der LKW ist ja jetzt gleich weg, dann gucken wir mal, ob es was wird, Ente ist jetzt weg, ja, noch ist der Auftrag da, der muss erst bezahlt werden, jetzt ist er weg, Wasserpistole, oh, da sieht man, oder ist es nur ein Vorschau, Bild, ne, das ist bestimmt nur ein Vorschaubild, wir haben das doch alles hier, warum geht das nicht, warum geht das nicht, die Ente könnte ich jetzt wieder machen, aber ihn kann ich nicht machen, wegen dem Schwierigkeitsniveau, schätzen wir nicht, oder, die Trommel müsste ich auch machen dürfen, darf ich auch, darf ich nicht Schwierigkeit 3 machen, kann das sein, gut, dann würde ich mich dem Teddybären zuwenden wollen, Nehmaschine und Füllmaschine brauche ich dafür, dann kaufen wir die doch erstmal, und dafür würde ich aber jetzt tatsächlich noch einen neuen Raum machen wollen, Zonen, Ne, Zonen sind falsch, ich brauche ja Produktionsräume, Meilensteine, können wir bei der Forschung und Entwicklung was machen, wir haben einen Punkt gekriegt, So, was ist das, Maschinenupgrade, dies erlaubt dir, Maschinenupgrades zu aktivieren, Marktvorhersage, grüne Fabrik, Ne, das will ich jetzt nicht, Lieferant, Ah, kann das sein, dass diese Lieferantenbeziehung, kann das sein, dass das an diesem Teil hier dran war, dass das die Lieferantenbeziehung ist, Anforderungen, Super Saugschusskraft, 70%, benötigt Nachhaltigkeit, Ah, benötigt Haltbarkeit, ich muss das auf 70% produzieren, und die benötigte Nachhaltigkeit ist 23, ich schätze mal, mein Werk hat nicht diese Nachhaltigkeit, kann das sein, wirtschaftliche Statistiken, mit Zahl, Maschinen, Roboter, kann ich das hier sehen, ne, kann ich hier nicht sehen, das ist falsch, irgendwo konnte ich das aber auf jeden Fall sehen, wo war das denn, nochmal gerade langsamer hier, deine Platzierung 24, abgabe für Produktion, Enter, verdiene Geld, verdiene Geld, deine Platzierung ist 24, verfügbare Punkte für, okay, verfügbare Fähigkeitspunkte für Roboter, okay, kann ich da was upgraden, ups, wohl, ne, so wie, kann ich was geben, Verwägungstempo, Arbeitstempo, Ladekapazität, oder Ölkapazität, okay, Ölkapazität würde ich jetzt holen, weil die ja immer so lange an dieser Dingens da stehen, ne, okay, das ist weg, und er hier, macht jetzt Arbeitstempo höher, der Fox, einen halben Stern gibt es dann immer, sehr schön, Gesamtbewertung, das, was haben wir hier jetzt noch, untätige Roboter, 3, ist klar, Forschungspunkte kann ich hier gewinnen, Lieferanten, aber das Lieferantenbeziehung, ne, das ist es nicht, grüne Fabrik, vielleicht müssen wir doch das vorbeibringen, ermöglicht es die Solarzellen zu kaufen, das gehört zum Markt, und das gehört Holzfäller, erlaubt es die drei weitere Bombsorten zu kaufen, aber das kostet mich vier hier, wie ich sehe, und das kostet mich zwei, das kostet mich drei, wir haben aber nur einen Forschungspunkt, ich glaube, die sind alle ausgegraut, kann das sein, deswegen kann ich auch nichts bauen, weil ich nur einen Forschungspunkt habe, da muss ich wohl noch was warten, auf den zweiten Forschungspunkt, dann könnte ich hier Hypersoft reifen, hier wäre auch noch was möglich, epische Roboter, Holzfäller geht auch, das ist vier, drei, ja, eins gibt es wohl noch nicht, gut, haben wir das schon geklärt, die Forschung ist an Punkte abhängig, und dann gibt es hier die Fortschrittsgeschichte, jetzt ist nur die Frage, wo kann ich, hier ist es, Nachhaltigkeit, minus 45, alles klar, da brauchen wir nicht drüber nachdenken, die Nachhaltigkeit ist ganz schlecht, ich müsste jetzt erstmal Klamotten einkaufen, von Wein 4700 oder sonst was, aber das machen wir mal nicht, warte mal, kann ich den Teddybären denn machen, das ist jetzt die Frage, ja, Produktion planen geht, das bedeutet, wir würden Maschinen kaufen, aber für die Maschinenbau erst einen Raum, Roboterraum, nee, das ist jetzt nicht, Garten, Zonen, kann ich das jetzt hier so machen, das wäre jetzt nur 3x3, ne, also, ja, jetzt habe ich, glaube ich Mist gebaut, weil ich den Raum abgewählt habe, ja, den Raum kann ich jetzt nicht mehr machen, ja, das ist nicht schön, Halt und ziehe mit der linken Maustaste, um eine Zone an, kann nicht platziert werden, alle Gebäuden, Eingang, Ausgang, Roboterkarten, von zwei Maschinen, ich mache das mal so, geht nicht, Warte, da war doch gerade ein Fenster aufgegangen, ah, da ist es, Zone, allgemeine Zone, ach, das waren diese Zone, die Zone brauche ich nicht, das war falsch, Zone war falsch, Konstruktion, Produktionsraum, hier ist es, den müssen wir haben, baue mindestens vier Kacheln, haben wir, Tür hinzufügen, müssen wir noch machen, haben wir, der Raum kostet uns 900, da oben könnte ich ihn abreißen, passt, Raum ist gebaut, kann ja sein, dass der nach hier unten mit vier gegangen wäre, super, oder, jetzt haben wir hier unten Raum verschenkt, naja, so, jetzt brauchen wir noch hier Maschinen, Nähmaschine und Füllmaschine, mal verlangt, machen wir da hin, und dann noch die Füllmaschine, die kommt daneben, passt, so, dann können wir uns den Auftrag mit dem Teddybären nehmen, da, Produktplan, ich muss die Nähmaschine haben, und ich muss die Füllmaschine haben, damit ist es fertig, wir nehmen Zähne von dem Ganzen, und, irgendwas stand da von 70%, Füllung, Stoff ausführen, können wir machen, oder, Auftrag läuft, wunderbar, und jetzt müssten wir noch, den anderen Auftrag auch noch machen, dann machen wir wieder die Trommel, Produktion, Planen, mache ich jetzt den, und da mache ich den, und da muss ich auch dran da stehen, ne, Plastik-Indelektionsmaschine, Plastik-Indelektionsmaschine, ja, okay, Lackierstation, Längs, Lackierstation, rechts, und da mache ich den, das sollte jetzt passen, oder, und wir machen das mal hier auch, Rohplastik, auf 70%, und ausführen, so, beide Sachen sind unterwegs, wir machen hier mal, einen Tacken schneller, oh, wir haben 166 Miese, hm, das war jetzt nicht so gut, dieses hat uns doch, sehr viel Geld gekostet, oder, so, für den Teddybären, ist die Ware da, die sind auch schon, alle fix dabei, und der erste, ist schon wieder, an der Ladestation, und der zweite, an der Ölschmierer, na super, oder, aber der dritte, hat schon gearbeitet, er hat schon den ersten Teddybären, genäht, jetzt müssen wir den nur noch, befüllen, so, der nächste geht ölen, hm, müssen wir mal gucken, ich weiß nur nicht, ob uns jetzt die, minus 166, da, ne, Schwierigkeiten machen, Nachhaltigkeit, ist jetzt hier 61 Miese gegangen, hatten wir irgendwas eben, nicht mit 73, oder, vertue ich mich da, Tag 9, der erste Teddybär ist fertig, sehr cool, wenn da der Monat umschwappt, oder sowas, vielleicht ist es auch der Tag, mit den 166, dann haben wir vielleicht verloren, weiß ich nicht, tägliche Kosten sind 624, wir gehen gleich ins Miese, definitiv, so schnell werden die Roboter, nicht diese 10 Teddybären fertig haben, dass wir da Geld dran verdienen, denke ich mal, würden aber 3.160 daraus machen, oder, Bezahlung, ich weiß nicht, wie hoch unser Dispo ist, 3 Teddybären sind fertig, die Trommeln werden aber auch gemacht, aber ich muss mal darauf achten, ob hier alles benutzt wird, oder nicht, so die Maschine oben links, und die Lackiererei links, habe ich gesehen, hat er schon benutzt, nutzt er auch noch mehr, wenn nicht, ist das ziemlich doof, dass das dann nicht funktioniert, so wie ich mir das vorstelle, er nimmt wieder den linken Lackiertisch, 5 Teddybären sind fertig, das ist die Hälfte, um 15 Uhr, wahrscheinlich schaffen wir das nicht, vielleicht sind wir gleich schon bankrott, wir werden es sehen, 6. Teddybär wird gefüllt, er nimmt wieder oben links die Maschine, unten links die Maschine ist über, wird da gar nicht benutzt, schade, ne, ich dachte, durch ging es schneller, aber ist nicht so, jetzt wäre noch die Frage, ob wir die Ente noch machen können, dies wird jetzt gehen, da er das andere nicht benutzt, können wir dann auch gleich sagen, nimm diese Spritzgussmaschine, Spritzguss, ne, Kunststoffguss, ne, und hier nimm den, und produziere 5 Quietscherentchen, und ich führe es aus, und das hat mich nochmal Geld gekostet, jetzt sind wir bestimmt über Gauter, aber wir haben ja den Gegenwert der Ware hier noch liegen, vielleicht ist es doch nicht so schlimm, Teddybären sind sieben Stück fertig wohl, das Material für die Enten ist gekommen, der Tag ist 20 Uhr, Teddybär wird einer genäht, und wird gleichzeitig auch schon gefüllt, und wird er abgelegt, also 8er haben wir, okay, einer ist schon da, und näht den Teddybären, sehr gut, aber wir haben 22 Uhr, na 23 Uhr, und nur noch eine Stunde, und hoffen wir gehen nicht bankrott, sind erst 9, Teddybären fertig geworden, einer muss beim Ölen warten, Produktion gestartet, Plüschbär, äh, tägliche Kosten 1140, wir haben 1786 Mieser, und das Spiel läuft noch, haben wir noch Glück gehabt, oder, kann das sein, dass der Teddybär jetzt, ne, ne, das war eine Trommel, na, der Teddybär muss noch gefüllt werden, was war das hier, gerade, was da runter geflogen ist, auf den Nähtisch, so, Teddybären sind fertig, abholen bitte, was sind das denn hier, Bezahlung 1500, weil ich zu langsam bin, oder was, da war noch eben 3100, noch was, oder, geht das runter mit der Zeit, kann das sein, vielleicht hat sich der Markt verändert, könnte auch sein, wo ist denn der dritte, ah, da kommt er, keine Ahnung, was er die ganze Zeit gemacht hat, jetzt sind, einer ist Batterie leer, zweiter ist Ölschmiereradraner, und naja, jetzt sind sie wohl zu zweit, am LKW beladen, oder wo ist der dritte schon wieder, komisch, sehr, sehr, komisch, ja, ja, ich würde aber sagen, wir sind schon bei 25 Minuten gleich, und, dann denke ich mal, machen wir das so, dass wir, ne, in der nächsten Vorschau weitermachen, ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid, falls ihr noch keine Ahnung habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, und kriegt dann mit, wenn ich das nächste Video hochleide, gerne Kommentare schreiben, und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen, wir sehen uns in der nächsten Vorschau, bis dann, die 1500 sind drauf gekommen, wir haben jetzt noch 286 Miese, okay, werden wir noch hinkriegen, ne, bis dann,